So, nase in sie hoch. Oh, was? Okay, nice. So, and you better start running. It's a kill box, not a gift box. Shit. Und wann machen wir das? Nächsten Montag? Äh, ne, weil ich fahre am Sonntag nach Hannover. Dann, ähm, holen sie kommen. Die Woche drauf geht auch nicht. Die Woche drauf geht auch nicht. Ich möchte euch allen sagen, dass die neue Killbox Memorabilia-Keychain kann in unserer Store finden. Order yours now. Die sagen, der Lord, der Marriere. So, let's make it a party. Spel канале. Jetzt im noch. Und dann aufer. Und dann, wenn du da mine lass. Wappen. Und dann auf's. Und dann, auf're. Und dann, ob du da auf's. Und dann, mit der Mal. Dann geht's mal. Dann, mit der Mal. ist dann nicht hallelujah Kira, komm oh diesmal diesmal aber nur nicht ehrlich gesagt party letzten zweimal war ein richtig insane aber ich bin heute hatte ich ja vorhin schon gesagt nicht hundertprozentig irgendwie in der konzentration schirme das ist sie so jetzt ein 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 Warte mal, kriege ich hier die ganze Zeit Stromschläge? Also Alex, ich verzieh mich jetzt mal. Sorry, schön, dass du da warst. Total, total. Voll in der Konzentration. Ja, ja, ist okay. Nächstes Mal wird cooler. Wenn du da bist. Mit Sicherheit. Klar. Dann macht ihr noch einen schönen Abend. KBWL. Kussi und Kussi. Tschüsli. Tschüsli. Später Serie, ne? Kussi. 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 What's that? You bet. Und hier bin ich. Eww. Was ist das? Hatte ich wieder? Ich hoffe, dass du wieder wieder bist. Ich weiß nicht, dass du wieder bist. Die Leute auf der Skum-Ilen kam hier involuntarisch. Sie involuntariert haben, als sie zu verabschieden, um die Verabschiedung zu verabschieden. Es wird ein bisschen schwierig. Hier haben wir ein bisschen Untertitel. ich meine nicht mehr legen ansatz gekriegt habe ich habe jetzt auch nur noch drei schraubendreher einheiten ist egal ich habe eine geile sache rausgeholt das war völlig fein alles klar war doch gar nicht so kacke dann wie erwartet also ich fand es noch völlig annehmbar so